So, Bonus, eure Fragen an Thomas Wiegert. Ich habe euch bei YouTube gefragt, ob ihr irgendwas von meinem Pengobum-Experten wissen wollt. Glaubst du, dass so ein paar Fragen gekommen sind? Wahrscheinlich nicht. Überraschenderweise doch. Na gut, was wollen die Leute wissen? So, Machinery Frank möchte wissen, wegen des Irans. Warum wird der Iran, was den Atomwaffensperrvertrag oder Völkerrecht angeht, anders behandelt als andere Nationen, obwohl er doch bislang der Völkergemeinschaft immer entgegengekommen ist? Ja, anders als andere Nationen, das bezieht sich vermutlich doch ganz stark auf Israel. Israel, das ja offiziell weder bestätigt noch dementiert, dass es eine Atombombe hat. Das hätte vielleicht der Iran mal machen sollen, immer sagen, wir wissen gar nicht, wovon die redet. Vielleicht, hätte vielleicht. Also es gibt, was hat der jetzt gepinkt? Nee, meine Schwester. Alles klar. Was will deine Schwester, hat ja auch eine Frage. Na gut. Gut. Es gibt vor allem in der westlichen Welt seit der Islamischen Revolution von 1979 ein gewisses Misstrauen gegenüber dem Iran und deswegen wird beim Iran natürlich besonders darauf geachtet, was macht er mit seiner Atomtechnologie, ist er in der Lage eine Bombe zu bauen oder nicht? Das ist der Grund. Das würde ich sagen, ist der Grund, ja. Gut. Dann möchte Unnamed Born wissen von dir, Thomas Wirgold. Wie wird gewährleistet, dass der Iran sein neues legitimes Recht der Urananreicherung, die 5% Deckelung, nicht ausnutzt und heimlich doch Atomwaffen herstellt, so wie es seitens der israelischen Regierung unterstellt wird? Wird es da so etwas wie eine UN-Aufsicht geben? Haben wir ja gerade schon mal ein bisschen erzählt. Ja, es gibt ja diese Aufsicht von den Wiener Kontrolleuren und da ist jetzt die Frage, das ist technisch fürchterlich kompliziert, darüber wird derzeit gesprochen, wie wird diese Vereinbarung, das sind ja nur ein paar A4-Seiten, die ist nicht sehr detailliert, wie wird diese Vereinbarung umgesetzt, wie sehen die Kontrollen aus, wie funktioniert das technisch? Das muss jetzt nur geklärt werden. Das wird zur Zeit diskutiert, verhandelt im Grunde genommen und erst wenn diese technischen Details klar sind für die Umsetzung, dann kann man auch sagen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Okay und die letzte Frage kommt von Carina Werner. Wieso ist es okay, dass wir bei manchen Ländern Souveränität gelten lassen und bei anderen nicht, besonders wenn die anderen muslimisch oder sozialistisch angehaucht sind? Die USA darf zum Beispiel Atomwaffen haben, Israel auch, Frankreich bombt sogar ein bisschen rum, war ja glaube ich nur im Wasser irgendwo, sagt sie. Aber wenn der Iran nur vom Anreichern träumt, müssen wir ihnen wirtschaftlich das Wasser abstellen. Ist also das Bombengelabern nur Gelaber, um uns von den anderen wichtigen Dingen abzulenken? Vorherrschaft in der Region und so weiter? Kann man so sehen. Der Punkt ist, ich behaupte ja mal, dass die anderen Nationen, die sie genannt hat, dass die sich zumindest internationaler Kontrolle unterwerfen, was ihr Atomarsenal angeht. Die Israelis nicht? Die Israelis nicht, nein. Ja, das ist das, was ich vorhin sagte. Es gibt ein gewisses Misstrauen gegenüber dem Iran und das spiegelt sich da natürlich wieder. Und sagen wir mal so. Aber die Frage war so ein bisschen, wird immer über diese Bombe geredet und von anderen Dingen abgelenkt? Nee, das glaube ich nicht. Also das finde ich schon wichtig, dass es darüber noch viel mehr andere Themen gibt. Das ist ganz fraglos. Aber dass die Atombombe wichtig ist. Ja, das würde ich so sehen. Wir hätten ja sonst nicht Folge 100 darüber gemacht. Ja, nicht nur deswegen. Es gibt auch ein paar Gründe mehr. Welche? Naja, generell, dass es schon ein hehres Ziel wäre, Massenvernichtungswaffen so weit wie möglich zu kontrollieren, zu reduzieren und langfristig irgendwann mal abzuschaffen. Ja, haben sie doch bei den Chemiewaffen auch geschafft. Oder? Gibt es noch welche auf der Welt? Ja, doch. Ja? Doch. Aber gab es nicht mal einen Vertrag, wo die gesagt haben, wir schaffen die ab? Ja, klar. Klar. Also da ist natürlich dann, da haben ja die USA zum Beispiel und Russland gesagt, schaffen wir ab und sind noch dabei, die zu vernichten. Das ist allerdings auch eine aufwendige Geschichte. Aber was ist so schwer daran, das auf Atomwaffen zu übertragen? Naja. Ich erinnere mich, ich habe in der Schule gelernt. Es gab irgendwie Gorbatschow und Reykjavik und, wer war das da? Ronald? Reagan. Reagan. Die haben sich dann Reykjavik getroffen. Da hätten sie das fast hinbekommen. Da haben sie gesagt. Ja, was heißt fast hinbekommen? Es hängt immer damit zusammen, wie viel Vertrauen ist auf beiden Seiten vorhanden. Und da ist, sagen wir mal, vor allem im Westen gegenüber dem Iran und vermutlich auch umgekehrt, nicht sehr viel Vertrauen vorhanden. Okay. Alles klar. Danke, Thomas Wiegold. Bye bye. Love each other.